Herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Leute, einfach eine ganz andere Kulisse als sonst, denn wir sind heute ein Essen mit der gesamten Family, denn wir dürfen euch heute unseren Merch vorstellen. Das ist der erste, den wir überhaupt rausbringen. Und wir haben gedacht, wir nehmen euch ein bisschen mit, deswegen let's go! Okay, ihr seht schon so ein bisschen, und zwar wird das unser Merch, unsere Marke, unser Baby. Ich muss wirklich sagen, wir haben lange überlegt, aber es ist die Marke Forever geworden. Und warum Forever? Weil wir sind vier und wir sind für immer. Und wir werden hier heute ein bisschen schmuten, weil ich sag euch ehrlich, heute startet auch meine Model-Karriere. Ich werde gemeinsam mit Zoe, Milan und Dustin das Ganze ein bisschen performen für euch. Und wir nehmen euch heute auf jeden Fall ein bisschen mit. Viel Spaß! Oh, der Bock! 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 Ich liebe dich, ich liebe dich. Freunde, wir sind hier am shooten ohne Ende. Da ist er. Sehr gut, hier einfach geisteskrankt Outfit besitzt. Seid ehrlich, Alter. Was passiert hier? So let me love you and love you like I do Nobody will love you and love you like I do And nobody will treat you and treat you like I do Whenever you meet me, I will truly love you and me So let me love you and love you like I do And nobody will treat you and love you like I do 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 Model Selina So krass. Ich fühle das so heftig. Ich kann das... Voll. Ich bin wirklich spaßig. Ich bin auch spaßig. Ja, wirklich. Groß. Ich bin wirklich spaßig. Mein Lieber. Ich bin wirklich spaßig.